Mein Name ist Arnold Diegeler, ich bin Chefarzt der Klinik für Kardiochirurgie in Bad Neustadt an der Saale. 1984 ist dieses Haus dann zur Herzklinik umgebaut worden und war in relativ kurzer Zeit eine der größten Kliniken in Deutschland. Das Besondere ist, es ist groß, es ist neu, es ist alles da, also die Diagnostik und die Behandlung des Patienten sind hier optimal aufgestellt. Das Umfeld, die Atmosphäre ist ganz, ganz wichtig. Also Empathie wird eher einen höheren Bedarf haben, weil der Patient die komplexen Abläufe ohnehin schon nicht mehr versteht und es braucht Leute, die einen sagen, bleibt mal sitzen. Das machen wir schon. Es ist ein angenehmes Arbeiten mit meinen Mitarbeitern. Eine gewisse Routine entwickelt man wie in jedem Beruf. Der Körper lernt damit umzugehen. In der Herzklinik ist das wie bei der Thoraxchirurgie. Natürlich, wir haben Luft, wir lassen ja Luft in den Körper. Wir haben aber auch Flüssigkeiten, die sich absondern und wir haben vor allem Blut. Ein Blut gerinnt und jede Unterbrechung des Sogs führt dazu, dass es Blutgerinnsel gibt. Und die Blutgerinnsel führen unter Umständen dazu, dass diese Drainagen nicht mehr funktionieren. Das heißt, ein geschlossenes System, was man nicht unterbricht, ist immer ein sehr gutes System. Der Fluss der Patienten, OP, Intensiv, Überwachungsstation ist schneller und es ist besser organisierbar durch diese Pumpen. Und früher waren halt eben diese Absauggeräte fix hinterm Bett. Die sprudelten dann auch noch, dass die Patienten immer denken, hinter ihnen ist ein Springbrunnen. Und die Patienten dann von diesen Systemen zu befreien und zu sagen, jetzt kann jemand auf die normale Station das Bett verlassen mit einer akkugesteuerten, sehr sicheren Vakuumpumpe, hat das Leben viel, viel einfacher gemacht. Ja, es ist eigentlich jedes Mal, wenn wir mit den mobilen Systemen in Kontakt kommen, sagen, ja, schön, dass er eine Medela hat, weil damit können wir laufen. Wenn man so will, ist es die Unterstützung für unsere Arbeit. Das, was wir machen, wäre vor 50 Jahren so nicht möglich gewesen. Also die moderne Medizin ist nur möglich mit Innovation und dem Patienten zugutekommen.